Offenbar können Sie auch noch was anderes. Ich meine, außer Lokomotiven reparieren und Mitarbeiter tyrannisieren. Tja, ich... Ich bin Biochemiker. Das ist so einer meiner Berufe. Hey, verrückt. Sagen Sie mal, Sie passen so gar nicht in unsere ländliche Gesellschaft. In der Stadt würden Sie viel weniger auffallen. Man kommt sich hier nützlicher vor. Und dann hat man auch noch Zeit genug, um über ein paar alte Geschichten nachzudenken. Das tut ganz gut. Was ist das alles hier? Eines Tages, Fräuleinlehrerin, werden wir Afrika ein bisschen umbauen. Gibt so viel Wüste dort. Muss Gemüse hin. Und das können Sie alles? Naja, ich versuch das hier so ein bisschen, nicht? Ich würde auch noch gern ein paar Sachen lernen. Sie sind neugierig, was? Ja, ein bisschen. Haben Sie Zeit? Ja, ich hab Zeit. Ja, ich hab dich. Ich hab dich. Gebe.